Markus Horst Hubertus Prezell ist ein deutscher Jurist und Politiker und seit 2014 Landesvorsitzender seiner Partei in Nordrhein-Westfalen. Seit der Europawahl 2014 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments. Nach seinem Ausschluss aus der rechtspopulistischen Fraktion Europäische Konservative und Reformer trat er der als rechtspopulistisch bis rechtsextremistisch eingeordneten Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit bei Leben. Markus Prezell wuchs in Wiesbaden auf und studierte von 1994 bis 2000 Rechtswissenschaft an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Seit 1994 ist er Mitglied des Korps Saxo-Borussia Heidelberg. Nach den juristischen Staatsexamen und dem Referendariat in Paderborn war er von 2002 bis 2009 als Rechtsanwalt spezialisiert auf Immobilienrecht. In Bielefeld tätig. Von 2009 bis 2013 arbeitete er als Immobilienentwickler. Prezell ist verheiratet und hat vier Kinder. Er lebt von seiner Frau getrennt. Im Oktober 2015 wurde bekannt, dass er eine Beziehung mit der Bundesvorsitzenden seiner Partei, Frauke Petri, führt. Politischer Werdegang. Prezell war von 2004 bis 2009 Mitglied der FDP. 2013 trat er der AfD bei. Bei der Bundestagswahl 2013 war er Direktkandidat im Wahlkreis Bielefeld-Gütersloh II. Prezell wurde als erster Sprecher des Kreisverbands Bielefeld und im März 2014 als Beisitzer in den Bundesvorstand gewählt. Im Juni 2014 wählte ihn der NRW-Landesparteitag als Nachfolger von Jörg Bürger zum Landesvorsitzenden. Seit August 2015 teilt er sich dieses Amt mit Martin Renner. Im Oktober 2014 trat er aus dem Bundesvorstand aus. Zuvor, im März 2014, wurde er vom Bundesvorstand abgemahnt, da er auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative mit dem UKIP-Vorsitzenden Nigel Farage aufgetreten war. Ohne sich die Kontaktaufnahme zu Nigel Farage zuvor vom Rest des Vorstands genehmigen zu lassen. Wozu er gemäß eines Beschlusses vom November 2013 als Vorstandsmitglied verpflichtet gewesen wäre. Prezell wurde bei der Europawahl 2014 zum Mitglied des Europäischen Parlaments gewählt. Dort ist er Mitglied des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und der Delegation für die Beziehungen zur arabischen Halbinsel. Außerdem ist er Stellvertreter im Ausschuss für konstitutionelle Fragen. Im April 2015 wurde Prezell von der zukünftigen Teilnahme an Sitzungen der EU-Parlamentsgruppe seiner Partei ausgeschlossen. Drei Monate später wurde die Partei-Allianz für Fortschritt und Aufbruch gegründet und fünf der sieben für die AfD gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments. Nicht jedoch Prezell und Beatrix von Storch wechselten zu dieser. Am 12. April 2016 wurde Prezell nach vorheriger Ankündigung aus der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer ausgeschlossen. Auf dem AfD-Bundesparteitag am 30. April 2016 kündigte Prezell seinen Beitritt zur Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit um die Abgeordneten des Französischen Front National an. Politische Positionen Nach dem Sozialwissenschaftler Alexander Häusler war Prezell vor der Europawahl ein Fürsprecher jener Mitglieder, die Sympathien für ein Bündnis mit der UKIP hegten. Bei einer durch die junge Alternative für Deutschland 2014 in Köln organisierten, parteiintern umstritten Veranstaltung trat er mit Nigel Feric auf, wofür er vom damaligen Bundesvorstand gerübt wurde. Laut dem Sozialwissenschaftler David Betonowski vom Göttinger Institut für Demokratieforschung bedient Prezell nationalkonservative Anliegen und ist ein Vertreter rechtspopulistischer Strömungen an der Parteibasis. Er vereine liberale Standpunkte mit identitären nationalkonservativen Ideenwelten. Beim außerordentlichen Parteitag der AfD in Essen stellte Prezell fest, dass seine Partei auch eine PEGIDA-Partei sei. Prezell hält den Gebrauch von Schusswaffen als Ultima Ratio für den Fall eines gewaltsamen Grenzübertritts von Flüchtlingen für gerechtfertigt. Glaubt jedoch nicht, dass dies notwendig ist, da andere Mittel wie Polizeipräsenz, Wasserwerfer oder Tränengas ausreichten. Am 15. April 2016 besuchte Prezell als Europaabgeordneter die von Russland annektierte Krim und nahm dort am internationalen Yalta-Wirtschaftsforums teil. Dabei traf er auch mit dem auf der EU-Sanktionsliste stehenden Präsidenten der Krim, Sergej Aksionov, zusammen. In einer Rede, die er im Beisein Aksionovs hielt, sagte Prezell, er würde sich freuen, wiederzukommen und die Entwicklung der Krim zu beobachten, Abmahnung wegen Pfändung eines Parteikontos. Im Rahmen einer durch ihn verursachten Pfändung eines AfD-Parteikontos wurde Prezell vom Bundesvorstand abgemahnt. Das Finanzamt Bielefeld-Innenstadt hatte ein Zwangsgeld gegen Prezell verhängt, das dieser nicht rechtzeitig beglich. Da die Landesgeschäftsstelle der AfD dem Finanzamt nicht mitteilte, dass Prezell kein Parteigehalt bezog, wurde ein Parteikonto gepfändet. Ein parteiinternes Gutachten kam zum Ergebnis, dass Prezell es versäumt habe, die Partei über seine privaten Steuerschulden zu unterrichten. Laut Gutachter wären private chaotische Zustände Hintergrund der Verfehlung. Prezell sei damit überfordert, gleichzeitig Europaabgeordneter und NRW-Landesparteichef zu sein.